Da kommt einer Hallo und herzlich willkommen ich bin mein Kamerag und willkommen zu meinem Gameplay für den Kanal jetzt gibt es hier eine Runde Call of Duty Modern Warfare Warzone mit den Hightower und mir viel Spaß Ah, das schmeckt voll gut Thomas Glaub ich dir, umgezählt noch mal Storage raus Jo, war eigentlich ganz geil Ah, vielleicht wird das ja unsere Hunde raus Warum sagen wir eigentlich mehr Storage-Wars, Junge Kennst du nicht die Sendung Storage-Town? Doch schon, schon, deswegen sagen wir das ja, aber warum, das heißt ja Storage-Town Storage-Town heißt jetzt, Storage-Wars, oder so ein Dark-Game Nein Bei Fortnite haben wir da auch damals eine Order-Storage genannt Ne, Container-Wars haben wir es da genannt Gibt es ja auch Container-Wars, gibt es ja auch Wo sie Container versteigern Oh, da komm ich mit, wir gehen die hin Wir gehen die hin, wir gehen die hin Ich kann nur, ich kann nur hier vorne runter Ich geh hier in den Eingang rein Links von dir ist einer gelandet Oh, nur Pistolen, Alter Ja, das ist ja scheiße hier Schon gar nix Da sind zwei Jünger, nix Mensch, mach doch auf die Scheiße Meine Fresse Ich drück und drück und drück, er macht die Scheiße nicht auf Ich hab nix, ich hab nix, ich hab nix Komm hier rein, Junge Öffne das, öffne das Da hast du was Wo soll die Munition? Oh, Panzerplatte Soll ich mal gucken, wo die sind? Du? Ich hab hier Ah, guck mal, da ist eine Hier in den großen Gebäude von Anfang an drinnen Den kann ich nie markieren, weil er da drin ist Ah, hier ist einer drinnen Oh Oder hier läuft einer Der ist alleine Wo ist der der alleine ist? Hab ich eigentlich markiert? Hab ich gesehen, hab ich gesehen, der ist gerade zu, gerade zu Der hat n Auto Und der Betonsplatte Hier ist auch n Auto Ne, 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 hier ist noch eine Scheiße, scheiße, da war eine Ja Auto kommt, das Auto kommt, alle Sie hauen einfach an! Habe ich Finishing, Finishing Wo ist der mit seinem Scheiß Auto? Wo ist der mit seinem Scheiß Auto? Ich rück zur markierten Position vor und in seinem Bereich Jo, ich hab jetzt seinen Loot aufgenommen Ist ja nicht so wild, ne Oh, ein Schnippi Ja, kanns haben Da oben, da oben, da oben, da oben ist eine Schnippi weg Schnippi weg, er steht still Ja Wie er umgekippt ist, Juni Das war aber nicht einer von denen, ne Ne Wieso, ich hab das ganze, wir haben das ganze Team auswürft Ja, war er das? Bist du da vorne hin? Da fahre Der ist komplett tot Ich werde zu dem anderen, glaube ich Ja, ich hab drei Kürze gekriegt Und genau Ach hier Ich hab noch Platten, ich hab noch zwei Platten, Junge Vielleicht hat der oben auch Platten Daher, wo können wir denn von außen hoch? Hier sind wir hier Junge, kommt, kommt zu mir Ich weiß noch gar nicht, wo du, ich weiß nicht, wo du hingegangen bist Ah, Hilfe Ne, ist er kommt rein Ich bin immer noch unten Ich Wieso, wir sind gebrochen? Ich Ich Keine Ahnung, wo die sind Fuck Der, einer ist down Einen hab ich Ich Weißliche persönliche Radar-Drohne überlost Sie verfolgt jemanden Weiß noch zu Stress? Nein Selbstwiederbelebung Ach, ich hätte noch Platten kaufen Ich Warte, ich kaufe Platten Ja, ich hab zwar nur eine, die hier liegt Wo? Hier liegt keine Oh ne, ich hatte gar keine Ich 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 Wollte mal gucken, was die hier verwirfen haben Ich 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 Da hinten habe ich Bewegung gesehen. Ja, ja, da. Aber wenn ich die Waffe hier mehr finde... Die nehme ich auf jeden Fall. Aber jetzt nehme ich erst mal wieder meine. Wieder auf Starter. Ja. Das Gas kommt. Das Gas kommt. Oh, da gibt man sich einen Weg hier hoch, ne? Ja, deswegen wird sich ja hier oben gleich mit einer Mine ab. Wir sind in der Sicherheitszone. Gleich müssen wir kämpfen. Ja, gut. Ist auch okay. Da sehen sie die nicht gleich. Oh, verdammt. Auf jeden Fall Fortnite. Ach du... Ich guck mal, wo da die Ballerei ist. Alter, es hört sich extrem dicht an. Irgendwann später. Schön hier auf dem Dach und campen uns. Da sein. Ja, ja. Ich sehe ihn. Der Schwein, juhu. Soll ich... Dingsschlag reinjagen? Äh, Verein. Ich weiß nicht wo du bist. Aber der ist bestimmt wo unsere Auslieferungskiste war. Ist ja auch da da. Ah, ich guck mal abdrücken wie. Hast du ihn getroffen irgendwie? Ne. Leider nicht. Weil ich hab seinen scheiß Schädel gesehen. Da muss jetzt... Er muss auch raus. Wie können wir einen falschen runter springen nachher? Ich... Ich... Ich muss hier links auch. Ich muss rechts. Äh... Ah, der hat seine... Der hat seine Kumpels geholt. Der hat einen Hit. Hm. Schade. Ich seh dich nicht da am Zelt, wa? Ist er da drinnen, der Wechsel? Der... Mit dem Einkaufswagen hat er seine Kumpels geholt. Äh... Der hat ja 9000 hier. Egal wo sie langkommt, wir sehen sie auf ihm. Ja. Ah, ich seh dich, ich seh dich. Ist auf dem Dach. Ich hab's gesehen. Der ist voll festig. Da. Hab einen ausgenockt? Hab einen auch ausgenockt? Hören Sie? Nee, oder nicht? Nee, nee, die Zone kommt. Das ist... Wir wissen jetzt ja nicht, wo die liegen. Ja. Da kommt noch ein Team. Da kommen noch zwei. Äh... Wir müssen auch gleich los, ne? Oh. Weisliche persönliche Radarrode über uns. Die Fahrt heute hier wandelt. Du, Thomas... Sind die rings? Hier ist ein Auto drinnen. Thomas, komm. Komm! Erst Gas! Ah... ...Teurer Tom, das ist jetzt total gewesen, wenn wir drinnen rum. das ist auch das hier man geht doch mal da hoch da ich bin gleich oben was geld gefangen ich habe nicht durch das scheißfenster wenn das einer gesehen hat der hat sich tot gelacht war es schon wieder zu fett oder was woran hat es gelegen und die big macs vor uns direkt rechts haus ist ein auto hat einer angeflogen oh ich habe ihnen die rüstung weggeschossen jungen in der luft wir müssen auch wieder weiter was hast du für eine schwule lackierung weil die lackierung hast sie freigekauft wieso habe ich die nicht das ist die drachen lackierung das ist ein scheiß bug der bug ist jetzt wirklich beschissen das ist die drachen ja auf jeden fall da da sitzt auf jeden fall einer drinnen das ist die drachen das ist die drachen die drachen das ist die drachen die drachen die drachen die drachen die drachen ist geschlossene das denn alle lass uns da kommt ich bin auch dann ich bin auch dann nein ich hänge fest nein er hat mich noch ich wollte mich um die ecke wieder beleben ich werde fast um die ecke der ist hinter dem auto hast du ihn toll hast du ihn noch nicht das ist klar hier denken wir schon auch von dir von den toten von uns sagen wir mal ein bisschen geld ein damit er mich wiederholen kannst irgendwo da unten müsste eine sein links von dir weg da bist du ein leichtes ziel oben nimm noch eine gasmaske mit legt eine gasmuskel lauf 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 hau ab du stehst ja voll mittendrin such dir irgendwo ne deckung naja drinnen scheiße brauchen sie auch nur irgendetwas reinspeisen auch hier wird geschnippt da drinne ich schmeiß granaten rein da drinne ich schmeiß granaten rein war bei dir eine der wurde geschossen da da auf dich wurde auch geschossen bleib ruhig bleib ruhig da drinne bist du erstmal safe das ist jetzt die letzte zone anspannung alter anspannung tony vollstrecke hast du sechs kills ist das deine anzeige die ich sehe oder ist das meine es sind sechs kills fünf stück leben noch und könnten ein team zwei einzelne sein fünf teams sind da drin wird auch angezeigt was denn zehn leute fünf teams ach so zehn leute ach so fünf team ja gut ich bin doch doof ich hab nur auf die fünf geachtet wirst du dann kommt einer rein du hast gut zu sagen noch eine gasmaske jetzt ist die letzte zone thomas muss runter muss runter muss durchboxen tüttel mach auf spring doch raus da ja ich drück auf Feuer wo ist der letzte nein neeeeei tai a sharp aisp dritte oh population aber war ne geile runde war ne geile runde die kann man doch mal sich geben Junge. Oh, das war Anspannung, ey. Oh, das war heftig, ey. Wir haben nur Pech gehabt gerade. Ja. Gerade echt Pech gehabt. Ja gut, wir haben auch viel gecampt sozusagen auf dem Dach, ne? Aber wenn man schon mal Sniper hat. Wir haben nicht um irgendwelche Ecken gecampt, dass sie irgendwelche vorbeikommen. Dass wir die in den Rücken schießen können. Ja, wir haben mit Schnippis gearbeitet, ja. Ja, erstmal Prost, ne? Erstmal rufen Lübse. Ja, Prost. Ja, und dringekloppt. Und Tüdelü. Hau rein. Ja, ne, ist klar. Der guckt, wo der Ding gelandet ist. Zuhören wir uns. Er entzhaft. Töt ihn. Oder auch nicht. Ich glaube, der wird umgefahren. Der wird umgefahren. Will er ihn noch looten? Ich glaube, er sieht dich. Er sieht dich, ein LKW. Ist das scheiße. Ich hole ihn jetzt mal gelassen. Ah, du wirst sterben. Ne, die gehen drüber. Die gehen drüber. Siehst das? Sie wissen aber nicht, wie man da hochkommt. Sicher? Das war so scheiße. Untertitelung.